Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Part von Let's Play Crash Bandicoot 2 Und ich sollte erstmal speichern, das habe ich nämlich nicht getan, aber Gott sei Dank gibt es ja auch sowas wie ein Autosave Von daher alles cool So, also wir haben im letzten Part zwei Kostelle geholt in dieser Kackwelt Und jetzt geht es in die dritte Night Fight, Alter, ich will einfach nicht mehr Ich will einfach nicht mehr Das läuft ja hervorragend Was erwartet mich denn hier? Okay, es kommt mir bekannt vor Ach du Scheiße, das Glühwürmchen geht nach einer Zeit weg, ich erinnere mich Aber bin ich blöde? Bin ich wirklich so dumm? Wow, bin ich echt so dumm? Oh wow, oh boy Alter Nein, 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 nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen Wo ist denn das Nächste? Ach da Hau ab Guck mal, ihr habt doch auch Angst Dann lasst mich doch hier durch Ich gebe mal ein Skill hier Also, weg mir Oh nee, Todeszone, nix Ich glaube die Todeszone war für Edelsteine Oh oh Nix Leck mich Warum haben die da so einen Strahl? Ist das zum Verwirren? Oh mein Gott Scheiße Bist du dumm? Ich seh nix Oh Da muss ich schneller sein jetzt Komm schon, komm schon, komm schon Renn, 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 renn Komm hier, Speedrun hier Nein Wieso ist denn Alles klar Ich hab gerade schon gedacht Das Spiel verarscht mich Aber auch wirklich hardcore, ne Nein, warum hast du die Nein Geh nicht weg Nicht weggehen Ich hab so Angst, dass das TNT Kisten sind Ich hab doch Ich wollte doch, du So, jetzt komm Nein Hör auf, hör auf Leck mich So Ach komm Ich seh doch so nix Das ist unmöglich Nein Komm schon Geh weg So Nice Oh Mein Gott Du gehst aber Oh Das war knapp Scheiße Leckt mich am Arsch Jetzt hab ich keinen Bock mehr Wow Wow Einfach nur wow Einfach Spiel Ohne Scheiß Fick dich Spiel Geh nicht weg Ich will ja einfach nur noch durch Unglaublich Was für ein Müll Nein Nein Was ist die nächste Oh Scheiße Hau ab What the fuck What the fuck man Oh Nicht gehen Warum ist hier eine Lamp Ah ok Alter Die Hälfte aller Kisten So Leck mich Spiel Oh Scheiße Leck mich Gut War Netter Part Seh schon Ich glaube ich hab Überzogen Oder die Uhr läuft weiter Ich weiß es grad nicht Ich hasse mein Leben Habe ich überzogen Äh Gut Ich mach einfach noch ein Level Weil ich jetzt echt nicht weiß Wie viel Level ich hab Egal Los geht's Oder Ach leck mich Wenn ich schneide ich da dran So Ich beende den Part Werdet ihr sehen Ob der Part zu kurz ist Oder halt Äh Weiter geht Ich hab nämlich grad meine Stoppuhr vergessen Da zu schalten glaube ich Tschüss Tja meine liebe Freunde Was soll ich euch sagen Ich hab halt Verdattelt Dass ich den neuen Part Schon längst gestartet hatte Aber ok Machen wir halt hier weiter Los geht's weiter Hier mit der Pack Attack Wehe, das Level ist schwer. Ich raste aus. Vielleicht schaffen wir es noch heute, am heutigen Abend auf twitch.tv slash Let's Play Gamer, alle Level zu schaffen von der letzten Zone und im nächsten Stream dann Cortex. Was ist das? Bin ich doof? Waren wir nicht hier drin? Das ist ein anderer Level, oder? Bin ich dumm? Warum gehst du nicht runter? Oh Gott, das will mir was geben. Das ist ein anderer Level. Warum sind hier Blubabla? Das ist Wasser. Das ist alles nicht witzig. Nett. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man hier alle Kisten sammeln soll. Man ist so unter Panik. Zumindest ich bin das. Alter. Nicht lustig. Oh, ich hab so Bock, mein Gamepad einfach in diesen scheiß Bildschirm zu rammen. Das machst du Crash. Jetzt will ich wieder zu viel. Da kann man glühen. Da kann man glühen. Da kann man verglühen. Ist es euer Ernst? Ist es euer fucking Ernst? Fick dich, Spiel. Ohne Scheiß. Ohne Witz. So was Erbarmungsloses wie dich habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und ich habe den dritten Teil auch schon mal gespielt. Aber ich weiß nicht mehr, was darin vorkommt. Davor habe ich am meisten Schiss. Vorm dritten Teil. What the fuck, Alter. Was ist los hier? Boah, ich bin gerade echt übelst am Ende, ne? Scheiße. Ich weiß, ich müsste eigentlich ruhig bleiben, aber ich kriege so Aggression gerade. Schlimmer als die Call of Duty. Ich will mich alles töten. Scheiße. Oh Gott, ein Checkpoint. Dankeschön. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Nicht jetzt. Jetzt. Du musst da runtergehen. Du musst da runtergehen. Nicht jetzt. Komm schon. Der da kann ich verglühen. Heilige Scheiße. Zurück. Mutter Maria. Bleib cool. Ganz ruhig. Wir müssen nur ruhig bleiben, okay? Das können wir das schaffen. Jawohl, wir schaffen das. Ich bin gerade am Balancieren zwischen Analogstick und Steuerkreuz. Und ich weiß selber nicht, warum. So. Uka, uka, uka. Uka, uka. Wir müssen ja nicht gerade verschwenden. Oh, Mama. So, eine absolute Affenscheiße hier, Mann. Ohne Spaß jetzt. Piss dich. Mann. Und ich. Scrush Panicode ist Dark Souls, Alter. Nein. Geh doch runter, du Doppelstück. Scheiße. Fick dich. Mh. Wow. Einfach nur noch wow. Meine Güte, Alter. Spiele ich dir Crash, Bandicoot oder Dark Souls? Nein. Oh. Äh. Oh, heiliger Scheiß, Alter. Okay. 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 Nein. Nein. Geh zurück. Bleib ganz cool jetzt. Das ist der Kristall. Bleib chillig, E-Gamer. Bisschen dosieren. Denk dran, der Steuer... Denk dran, der Controller hat extra zum dosieren. Gas. Hinten. Du musst nur ruhig bleiben. Um, um hier durchzukommen. Bleib jetzt cool. Du hast es da hinten geschafft, okay? E-Gamer. Ich vertraue auf dich, mein Freund. Ich spreche gerade von mir in der dritten Person. Ich weiß. Haha. Wie komme ich denn da durch? Ihr Dreckshunde. Oh, wow. Oh, mein Gott. Alter Finne, Mann. Wow. Wow. Ekelhaft. Absolut widerwärtig. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie ich mich gerade fühle. So kurz vorm Ziel, ne? So leckt mich das Spiel echt. Oh, mein Gott. Ich freue mich so, wenn wir eines Tages Mario 64 und so spielen. Und dann, oh, mein Gott, Alter. Scheiße. Sonic Adventure ist ein leichteres Spiel als das hier. Höh. Nein. Geh doch zurück, du dumme Stück. Oh. So, boom, Baby. Nein. Oh, Heiliger. Oh, Heiliger. Das war überhaupt nicht so geplant. Geh runter. Sag mal, Crash. Ich wäre dir ja verbunden, ne? Wenn du einfach nur dich gerade bewegen würdest. Ich danke dir, mein Freund. So, okay. Wenn ihr wüsstet, wie mein Herz gerade pocht, ne? Ehrlich, wie mein Herz am Pochen ist, ist schon furchtbar. So. Boom, Baby. Was war denn hier? So. Ganz cool und chillig. Ja, Mann. Boom, Baby. Oh. Hey, du dummes Stück Scheiße. Wenn du mit mir ficken willst, musst du nochmal drei Jahre zuvor kommen, immer. Komm schon. Brutzel, man. Das ist gefährlich hier. Ja, Mann. Boom, Baby. Aber nicht hier boom machen. Bitte, danke schön. Oh, E-Gamer. Gefährlich. Oh, E-Gamer. Das ist alles so um Haaresbreite, was du hier gerade tust, ne? Einen fucking Kristall habe ich ja. Den habe ich gar nicht mehr gedacht. Ey, ernsthaft? Ich kann die Kamera nicht runter machen. Oh. Da ist das Ziel. Da war aber gerade schon mal. Erinnert ihr euch? Oh. Jetzt hätte ich gehen müssen. Ja, Mann. Ja. Haha. Hättet ihr nicht gedacht, ne? Hä? Was ist los? Ja, Mann. Gefistet, Bro. So. Mmh. Mmh. Digga, ohne Witz, Mann. So. Na, na? Nur mal so. Bitte schön. Level auch geschafft. Haha. Niemand kriegt mich hier zur Kapitulation. Niemand. Absolut niemand. Cortex, Schmortex, ey. So. Letzter Kristall. Booyaka, Leute. Booyaka. Los geht's. Space out. Warum nicht space in? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Scheiße. Hilf mir doch mal einer im Chat. Oh mein Gott. Das kenn ich doch irgendwo. Oh. Es ist ähnlich aufgebaut. Okay. Okay. Ja, scheiße, wa? Dann halt so. Boom. Na komm. Boom, baby. Einfach klar. Scheiße, wa? E-Gamer-Style. Scheiße, was für ein blödes Timing. Nein, Mann. Oh, Mist. Das ist so ein Timing, ey. Das gibt's nicht. Gebt mir die Äpfel. Hoch, 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 hoch. Nein. Ja, Mann. Jetzt hat's geklappt. Warum? Ich versteh's manchmal nicht. Ich hab nichts anderes gemacht als gerade. Komm, schau. Warum? Warum? Ich bin wirklich den Tränen, na? Komm schon. Hoch mit dir, hoch mit dir. Ja, Mann. Go, Bitches. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nicht voreilig reagieren. Alles cool. Alles cool, okay? Oh, mein Gott. Ich hab's überlebt. Geh doch hoch. Geh doch hoch. Was stimmt mit dir nicht, du? Oh, mein Gott. Jetzt kommt erst der Checkpoint. Jetzt kommt erst der Scheiß-Checkpoint. Boah. Da ein Level... Da ein Leben war, war aber auch sehr gnädig vom Spiel. Hut ab. Nein. Nein. Heiliger Kram. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Alles cool, Freunde. Alles... Take it easy, Bruder. Alles cool, okay? Na los, komm. Boom, Baby. War das klug, den Uka-Uka da mitzunehmen? Ne, ne? Bestimmt nicht. Heiliger Kram, Mann. Alter, was geht hier ab? Nein. Na, bitte... Bitte, danke schön. So. Hehehehehehe. Nein. 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 Das ist doch ein Haufen Scheiße hier. Geil. Wow. Einfach nur noch wow. Was für ein Bitch-Move, Alter. Jetzt ist mein Uka-Uka weg. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Scheiß-Leben, Alter. Nichts gegeben, Prof. Dr. Lack. Das ist nicht mehr witzig. Was für ein Müll. Was für ein blöder... Scheiße, Alter. Oh, ne Witz, Mann. Krieg ich Aggression bei. Nein. Nein. Hu 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 hu. Ha 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 ha. 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 Kommt er nicht hoch? 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 Geh doch dann hoch! Bitte! Ich will das jetzt schaffen! Kommt er nicht hoch? Kommt er nicht hoch? Geh doch hoch! Du dumme Sau! Oh nein! Fick dich! Als ob! Ha! Hier! Am Arsch! Ah ne! Das! Ne! Ist ja wirklich unglaublich! Boah! Alter! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ohohoho! 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 Ich wusste, dass es nicht geht! Das war mir klar! Geh! Geh! Komm schon! Komm schon, Crashy! Komm schon! Nein! Oh, war das knapp! Nein! Nein, ich wollte hochspringen! Fuck! Komm schon! Jetzt! Jetzt! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, Mann! Oh, Mann! Das geht doch gar nicht anders! Das geht nicht! Das geht nicht mit Rutschen! Oh-ho-ho-ho-ho-ho! Oh-ho! Oh-ho-ho-ho! Oh-ho-ho! Oh-ho-ho-ho-ho! Wir sehen uns im nächsten Part, Freunde! Oh-ho-ho! Dieses Spiel will mich wieder nicht zerstören.